Wenn ihr solche Manöver beherrscht, hat kein Daedra eine Chance. Ja, ich würde sagen, wir sind bei... Um die Galerie des Schlüsselmachers zu erreichen, müssen wir erst aus dieser Ruine entkommen und ein weites Feld voll dieser Golems durchqueren, die ich erwähnt hatte. Mit etwas Glück können wir an ihnen vorbeischleichen. Doch ich habe meistens nicht allzu viel Glück. Nun zunächst mit einer Tür, der ersten von vielen. Der einzige Weg in die Galerie ist durch ein mysteriöses Tor. Sobald wir durch die erste Tür sind, betreten wir ein riesiges Gewölbe. Das ist der Teil, der mir am meisten Sorgen macht. Ich glaube, dass Schiazell, jene daedrische Kreatur, die für all diesen Ärger verantwortlich ist, ich kann es zwar nicht mit gewissen... ... ... ... Okay. Einer der verirrten Golems. Wir wollen uns vielleicht lieber an ihm vorbeischleichen. Okay. Okay. Wir sind fast dort. Legen wir einen Zahn zu. Okay. 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 Gut. Der Eingang zur Galerie des Schlüsselmachers sollte östlich von hier sein.